Die nächsten zehn Tage oder so werden wir allein sein, sagte Leandra, als wir über den Platz der Ferne zur Botschaft gingen. Armin ist noch da. Ja, sagte sie und lachte. Wie konnte ich Armin vergessen? Das ist in der Tat erstaunlich. Er tut schließlich sein Möglichstes, dass wir ihn nicht überhören. Leandra legte mir ihre Hand auf den Arm und blieb stehen. Wir haben außer Feilits Geburtstagsfeier für die nächsten Tage nichts weiter vor, sagte sie, außer das Haus einzurichten. Sie blieb stehen. Das ist keine Arbeit. Ich freue mich darauf, auch wenn es mich seltsam berührt. Moment. Sie wirbelte herum und fixierte ein junges Mädchen mit ihren violetten Augen und einem ausgestreckten Zeigefinger. Komm nicht mal auf die Idee, fauchte sie. Das Mädchen wich mit weit aufgerissenen Augen in die Menge zurück. Ich sah gerade noch, wie es anfing zu rennen. Unwillkürlich schaute ich mich nach Selim um, aber ich sah ihn nicht. Wo waren wir? fragte Leandra. Richtig. Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich zehn Tage zur Verfügung habe, ohne dass etwas Dringendes ansteht. Ich ergriff ihre Hand und führte sie zu meinen Lippen. Wenn dir deine diplomatischen Aufgaben so langweilig werden, bemühe ich mich, dich anderweitig zu unterhalten. Sie lachte silberhell. Das glaube ich dir gerne, aber ich denke, wir werden die Zeit nutzen, diese Stadt besser kennenzulernen. Sie hielt inne. Hörst du die Trommel? Ja, ich hörte sie. Aber nur, weil sie mich darauf aufmerksam machte. In dieser Stadt verband ich Trommel mit offiziellen Anlässen wie ausrückenden Palastwachen oder Hinrichtungen, also mit nichts Gutem. Es kommt von da vorn, sagte Leandra. Ich warf einen Blick hoch zur Sonne. Wir hatten noch Zeit bis zu unserem Tee in der Botschaft. Zu dem Dröhnen von Trommeln gesellten sich noch die hellen Klänge von Fanfaren. Wir waren nicht die Einzigen, die diese Töne vernahmen und nun neugierig die Hälse reckten. Doch Leandra und ich hatten den Vorteil, dass wir über die meisten anderen Neugierigen hinwegsehen konnten. Die Klänge kamen aus der Richtung des Südtores, des Platzes der Ferne. Vor uns kam Bewegung in die Menge. Ich sah Reiter mit Flaggen. Vor ihnen teilten sich die Menschen. Neben uns war das Podest der Säule des Adlers. Zwar war auch dort kein Platz mehr frei, aber als man uns kommen sah, verschaffte man uns Raum. Was dazu führte, dass an einer Kante ein anderer fluchend sein Gleichgewicht verlor und absteigen musste. Ich hob Leandra auf das Podest, stieg selbst hoch und nahm sie vor mich. Ich muss zugeben, wir gafften wie all die anderen. Das erste, was wir durch das Südtor des Platzes kommen sahen, waren zweimal vierundzwanzig Reiter in Prunkuniformen. Die Reiter trugen vergoldete Schuppenrüstungen mit rot-goldenen Überkleidern, auf denen das Wappen des Hauses des Turms prangte. Dies war, so wusste ich mittlerweile, das Wappen des Emirs von Janas. Auf ihren goldenen Spitzhauben funkelte die Sonne, und die Schimmel hatten goldene Glöckchen in den Schweif und in die Mähne geflochten. Die ersten sechs Reiter lenkten ihre Pferde nur mit den Schenkeln. Vor ihnen, jeweils links und rechts des anmutig geschwungenen Pferdehalses, glänzten goldene Kesselpauken. Die weißen Schlägel fuhren mit anmutigen, präzisen Bewegungen auf und ab. Das Donnern der Trommel schien vom Platz selbst aufgenommen zu werden. Den Trommlern folgten Trompeter und Verfahrenspieler, jeweils sechs pro Instrument. Der Rest der Reiter waren Gardisten, die aufrecht und arrogant im Sattel saßen, die Krummschwerter gezogen und an die Schultern gelehnt. Jeweils der äußerste rechte Reiter einer Sechsergruppe hielt eine Lanze aufrecht am Steigbügel und ließ den Wimpel flattern, der sowohl den Turm als auch andere Insignien trug. »Die fünf Regimenter des Turms!«, rief einer der Menschen auf dem Podest neben uns. »Er hat alle fünf mitgebracht!« »Götter!«, rief Leandra, als die nächste Gruppe durch das Tor sichtbar wurde. Hinter den Sechsergruppen Kavallerie schritt nun majestätisch ein Wesen durch das Tor, wie ich noch nie eines gesehen hatte und das ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Es ragte bestimmt vier Mannshöhen hoch und kam auf grauen, säulenartigen Beinen daher. Ein massiger Kopf hielt mit einer endlos langen Nase eine große, dornenbewehrte Keule empor. Bestimmt nicht viel kleiner als ein ausgewachsener Mann. Zwei riesige Stoßzähne ragten gebogen aus dem Schädel, der mit metallenen Platten verkleidet war. Diese Stoßzähne liefen an ihren Enden in goldene Krummschwerter aus. Fast schien es mehr, als ob ein Schwung dieses massigen Schädels eine ganze Kompanie enthaupten könne. Auf seinem gepanzerten Rücken trug das Untier einen Wehrturm, der groß genug war, um acht Bogenschützen und vier Handballisten Platz zu bieten. Bis zu den Knien war dieses Tier mit einem Schuppenharnisch geschützt, der schwer genug wirkte, um selbst eine Reiterlanze aufzuhalten. Zwei riesige Ohren schienen dem Wesen langsam Luft zuzufächern. Hinter ihnen und dem Kopf saß ein gewappneter Soldat, der das Tier mit einem langen Stab lenkte. Zwischen all der Panzerung sahen die Augen des Tiers fast unschuldig aus, als es gemächlich durch das Torschritt, gefolgt von fünf weiteren Artgenossen. Das dritte Tier trug keinen Wehrturm, sondern eine offene Plattform. Auf dieser stand ein junger Mann, reich und prunkvoll gekleidet. Um ihn herum befanden sich vier Schildträger. Vor ihm knieten vier Sklaven und hielten zwei Amphoren aufrecht. Unter lautem Jubel der Menschenmenge griff der junge Mann wieder und wieder in die Behältnisse und warf Silbermünzen in die Menge. Ein Schrei ertönte, als einer der Passanten von anderen Nachrückenden vor eines der Tiere gedrängt wurde und fiel. Eines der säulenartigen Beine hob und senkte sich. Fast schien es mir, als ob das Tier etwas bemerkte und stockte. Aber der Führer machte eine Bewegung mit dem Stab. Das Tier senkte das Bein ab. Der Schrei war kurz und spitz. Die Prozession wurde dadurch nicht aufgehalten. »Er ist auf Brautschau!« rief unser Nachbar aufgeregt. »Seht nur! Er bringt Schätze für unsere Prinzessin!« Den riesigen grauen Tieren folgten offene, von Schimmeln gezogene Wagen. Auf dem ersten stapelten sich Truhen. In einer offenen Schale schimmerte und funkelte es. Zwei weitere Wagen folgten. Auf ihnen standen makellose junge Menschen, nackt, mit goldenen Ketten an den Hälsen aneinandergekettet, jeweils ein Wagen mit einem Dutzend Männer und Frauen. Auf einen weiteren Wagen waren Käfige montiert. In ihnen befanden sich jeweils zwei Löwen und zwei Schneeleoparden. In einem großen Käfig stand ein Tier aufrecht auf zwei Beinen, einem Menschen ähnlich, aber gut die Hälfte größer als ich. Vielleicht das Dreifache meines Gewichts, und von Kopf bis Fuß war es mit einem dichten, braunen Fell behaart. Es stand aufrecht, die massigen Hände um die Stangen des Käfigs gelegt. Die Augen waren ebenfalls braun und schienen beinahe menschlich. Ein massives gelbes Gebiss mit langen Reißzähnen wurde gebleckt, als einer der Passanten seine Aufmerksamkeit erweckte. Vielleicht war es kein Tier, sondern ein Mensch, durch eine Magie in diese Karikatur eines Menschen verwandelt. Doch so wirkte es nicht auf mich. Drei weitere dieser riesigen grauen Tiere folgten. Das mittlere trug eine Art Sänfte mit weißen Vorhängen. Wer dort saß, war nicht zu sehen. Dahinter glänzten in exakter Marschordnung goldene Schuppenrüstungen der Infanterie. Gut und gerne 200 waren es, die stolz ihrem Emir in die Stadt folgten. Sprachlos sahen wir diesem Prunkzug nach, wie er langsam den Platz der Ferne überquerte und das Nordtor ansteuerte, das zum Palast führte. Bei Brigittes Bogen! So etwas habe ich noch nie gesehen, hauchte Leandra beeindruckt. Da bist du nicht die Einzige, antwortete ich ihr und sah diesen riesigen Tieren nach, wie sie gemächlich das Nordtor passierten. Stellt ihr diese Tiere einmal in der Schlacht vor? So eine Keule allein holt jeden Ritter mit einem Schlag aus dem Sattel. Wenn sie trifft! Die Tiere können kaum etwas sehen. Nein, diese Verschwendung! Selbst wenn die Rüstungen nur vergoldet sind. Was für ein Aufwand! Nun, wenigstens teilte Emir etwas von seinem Reichtum. Silbermünzen unter das Volk zu werfen? Es wird ein paar glückliche Bürger geben heute Nacht. Und ein paar unglückliche. Sie! Die Menschenmenge hatte sich etwas gelichtet und folgte dem Prunkzug zum Nordtor. Zurück blieben gut ein Dutzend Männer und Frauen, die unter die Hufe gekommen waren. Zum Teil bewegten sie sich noch. Der größte Teil jedoch lag still, während andere sie plünderten. Dieses Schicksal einiger weniger schien die Freude der anderen nicht zu beeinträchtigen. Mit einem solchen Reichtum wäre es doch möglich, für die Menschen hier Arbeit und Unterkunft zu schaffen, sagte Leandra dann. In einer Truhe nützt Gold niemandem etwas. Sie drehte sich in meinen Armen um und sah mich an. Ihr Gesicht nah an meinem. Fast sehne ich mich nach den grauen Mauern von Ilian zurück und den farblosen Gewändern. Unsere Leute sind nicht so reich wie diese hier, aber auch nicht so arm. Ohne Zweifel ist Besserein ein reiches Land, aber es wird hier nur geherrscht und nicht regiert. Ich gab ihr einen Kuss auf die Nasenspitze. Ich habe gehört, dass Pfeile die Wüste bewässern lässt und Wälder aufforstet. Sie versucht das, was du sagst, so wie ihr Vater und dessen Mutter vor ihr. Das Haus des Löwen ist erst seit 40 Jahren wieder an der Regierung. Koldenstadt wurde vor etwas mehr als 50 Jahren gegründet. Wenn wir mit unseren bescheidenen Mitteln eine blühende Stadt in 50 Jahren errichten können, dann sollte man hier mehr vermögen. Koldens Stadt hat weniger Einwohner als jetzt in diesem Moment hier auf dem Platz sind. Ich glaube, wir können das nicht vergleichen. Ich blickte den Fahnen der Infanterie nach, als diese durch das Tor schritt. Ich jedenfalls wollte eine Stadt wie diese und erst das ganze Land nicht regieren. So vielen Menschen kann man es nicht recht machen. Sie sah mich seltsam an. Man muss es dem Volk nicht recht machen. Man muss nur gerecht sein. Überlass das Regieren den Königen, meine Liebe, sagte ich. Ich bin froh, dass ich nicht zu ihnen zähle. Du wärst kein schlechter Herrscher, Harwald, meinte sie. Ich lachte. Ein Schweinehirte auf einem Thron? Nein, danke. Du könntest keinen schlechteren finden als mich. Ich bin stur und uneinsichtig. Meine Ansichten würden mich direkt zum nächsten Schafott führen, sobald ich sie laut äußerte. Ich danke den Göttern, dass dieser Kelch an mir vorübergezogen ist. Etwas in ihrem Gesicht ließ mich sie genauer mustern. Was ist? Eleonora, unsere Königin. Was ist mit dir? Behalte das für dich. Ich sage es dir nur, damit du die Dringlichkeit unserer Mission erkennst. Sie wird nicht mehr lange unter uns weilen. Sie hat ihren Sturz nun fast 30 Jahre lang überlebt. Aber sie ist nichts mehr als ein Wille in einem sterbenden Körper. Nur die Gebete der Dienerinnen Astartes halten sie noch am Leben. Und dieses Leben ist eine unbeschreibliche Qual für sie. Niemand im Reich weiß, was für eine tapfere Königin unser Land hat. Aber sie wird dieses Jahr nicht überleben. Ich sah sie überrascht an. Das wusste ich nicht. Sie legte ihr Gesicht an meine Brust. Niemand weiß das. Es ist eines der am besten gehüteten Staatsgeheimnisse. Das Schlimmste ist, sie wird keinen Erben hinterlassen. Ich pfiff leise durch die Zähne. Gibt es keine Cousins? Doch, drei. Und schon jetzt bekämpfen sie sich gegenseitig. Ich schüttelte den Kopf. Und das mit Talak vor der Tür. Dann kam mir ein absurder Gedanke. Dieses Gerede. Du denkst doch nicht ernsthaft daran, dass ich nach der Krone Ilians greifen würde, oder? Nein, Harwald. Ich weiß das. Aber es wäre ein Geschenk für unser Land, wenn sich jemand wie du fände, um es zu führen. Mögen die Götter unser Land davor bewahren. Es wäre der Ruin, sagte ich und schob sie beiseite, um vom Podest zu springen und sie herunterzuheben. Ich habe keine Geduld mit höfischem Gebaren. Und Diplomatie ist etwas, von dem ich gar nichts verstehe. Bitte hör mit dem Gerede auf. Es ist mir nicht recht. Als wir weitergingen, versank ich tief in Gedanken. Ich erinnerte mich an den Tag, an dem ich unsere Königin das letzte Mal gesehen hatte. Sie war damals kaum zehn Jahre alt. Ein junges Mädchen mit rotblonden Haaren, großen, tiefen Augen, in einem schmalen, zierlichen Gesicht. Wäre ihr Rückgrat nur einen Wirbel weiter oben gebrochen, sie wäre tot. So war es bis auf ihren Kopf nur der Körper, der starb. Schon damals hatte ich Schmerzen in diesen jungen Augen gesehen, die für ihre Jahre viel zu alt waren. In jedem anderen Land hätte es eine Regentschaft für eine so junge Königin gegeben, nur nicht in Ilian, wo man sagte, dass die Götter selbst über die Kronburg wachten und uns nur die Könige gaben, die wir brauchten. Diese großen Augen hatten mich angesehen. Sie hatte in einem seltsamen Rhythmus gesprochen, sehr leise, aber verständlich, im Takt ihrer flachen Atemzüge. Ich weiß, was ich von euch verlange, sehr roderig, aber ich bitte euch dennoch darum. Das Heer wird zu spät kommen. Wenn der Pass verloren ist, so ist es auch unser Land. Haltet den Pass, bis der Graf unser Heer in Stellung bringen kann. Wir sind nur 40, Hoheit. Mehr sind meinem Aufruf nicht gefolgt. Wir können den Pass nicht halten. Ich sah sie an. Gebt mir die Erlaubnis, jeden gesunden Mann hier am Hof zu rekrutieren, und wir können es. Die goldenen Augen sahen von links nach rechts und wieder zurück. Ihr Zeichen für Verneinung. Auch diese Leute werden gebraucht. Das Reich würde es nicht überleben, wenn ich die Kinder der Mächtigen opferte. Aber ihr opfert die, die sich aus niedrigem Stand in unserem Orden zur Ritterschaft bewiesen haben? Ja, sehr Roderick. Ich opfere euch alle zum Schutz meiner Untertanen. Ich opfere euer Leben nicht für die, die sich Ritter nennen, weil ihre Väter Einfluss besitzen. Ich opfere euch für die Menschen, für die niemand ein Schwert erhebt. Für die Bauern, Leibeigenen und Kinder. Sie, die Schutzlosen, sie müsst ihr schützen. Niemand außer euch wird es tun. Sie haben keinen Paladin, den sie in die Schlacht schicken können. Damals verbeugte ich mich tief. Wir werden uns nie wiedersehen, Herrin. Dies wird mein letzter Dienst für euch sein. Ihr gab mir einen Ring, um nach euch zu senden, wenn ich euch brauche. Wollt ihr ihn wiederhaben, sehr Roderick? Behaltet ihn. In einem Zehntag wird er nicht mehr sein als ein Erinnerungsstück. Tote folgen keinen irdischen Rufen mehr. Ich wandte mich zum Gehen. Sehr Roderick, rief sie mich zurück. Ich drehte mich um. Ja? Sehr Roderick, eine letzte Bitte erfüllt mir. Geht nicht mit dieser Bitterkeit und diesem Zorn in eurem Herzen. Könnte ich es, würde ich mich selbst zum Pass begeben und den Barbaren mit meiner Bahre den Weg versperren. Aber die Götter verfügten, dass ich es nicht kann. Und niemand außer euch vermag es. Niemand geht gern in den Tod, Herrin. Ihr verlangt viel, wenn ihr mir diese Bemerkung vergeben wollt. Richtet mich auf, verlangte sie. Ich trat an sie heran und klappte ihr Bett hoch, sodass sie aufrecht in ihren ledernen Gurten saß. Als ich fünf Jahre alt war, noch einen Vater und ihr einen König hattet, befahl ich euch, eine Blume zu pflücken und mich zu lieben. Ihr sagtet mir, dass dies der einzige Befehl sei, den ich euch nicht erteilen könnte. Dann habt ihr die Blume gepflückt und mir gesagt, ihr würdet mich lieben, nicht weil ich es befahl, sondern weil es so ist. Erinnert ihr euch? Ich nickte. Ich konnte mich gut an das strahlende junge Mädchen erinnern, das leichtfüßig durch den Burggarten getollt war. Seit jenem Tag, Herr Roderick, seid ihr ein fester Bestandteil meiner Gebete an die Götter. Seit jenem Tag liebe ich euch. Verzeiht, Herrin, aber ihr seid jung. Es ist die Liebe eines Kindes. Beleidigt ihr mich? Ich weiß, dass ich nie eine andere Liebe werde spüren können. Meine Eltern und mein Bruder sind mir genommen worden. Die Liebe zwischen Frau und Mann werde ich nie erfahren. Seht mein Herz, wie ihr wollt, aber eines ist gewiss. Ihr seid der Letzte meiner Lieben, der noch unter den Lebenden weilt, und ich schicke euch in euer Verderben. Ihre Augen funkelten mich an. Ich bitte euch, für mich zu sterben. Dies erfüllt euch mit Bitterkeit. Seht nun aber mich, seht meine Bitterkeit, dass ich hier liegen muss und leben, weil niemand anders die Krone tragen kann, ohne das Land in einen Bürgerkrieg zu stürzen. Mit euch schickte ich den Letzten los, dem ich vertrauen kann. Könnte ich es? Ich würde mit euch sterben wollen, aber ich darf nicht. Sie schloss die Augen und sprach nicht mehr. Ich erhob mich. Als ich an der Tür stand, hörte ich ihre Stimme ein letztes Mal. Wenn ihr sterbt, denkt daran, dass meine Hoffnung mit euch stirbt. Ich verbeugte mich vor dem Kind mit den feuchten Augen. Wenn ich sterbe, denkt daran, dass die Hoffnung für alle anderen in euch liegt. Gebt ihnen das, was ich euch gebe, euer Leben. Lebt weise. Sie lachte leise. Immer der Ratgeber. Könntet ihr nicht einfach auf Wiedersehen sagen, Roderick? Mögen die Götter mit euch sein, Herrin. Mögen euch die Götter beistehen. Auf Wiedersehen, sehr Roderick. Wo warst du, Harwald? Hörte ich Leandras Stimme. Du hast durch mich hindurch gesehen, als wärst du weit weg. Alte Erinnerungen, antwortete ich ihr leise. Sind es schon dreißig Jahre, dass sie die Krone trägt? Leandra blieb stehen. Ja, dreißig Jahre. Die Geschichtsgelehrten mögen später darüber streiten, aber ich bin der Meinung, dass unser Land niemals einen besseren Herrscher hatte. Wenn sie stirbt, wird es einen Bürgerkrieg geben. Was dann noch von ihrem Erbe steht, wird Talak vernichten. Wenn du sie bloß heute kennen würdest, Harwald, du wüsstest, warum ich das hier alles tue. Wie kommt es, dass du sie kennst? fragte ich. Schon damals ließ sie kaum jemanden in ihre Nähe. Meine Mutter ist ihre sechsfach entfernte Großmutter, sagte Leandra. Als ich geboren wurde, schickte meine Mutter mich noch als Säugling zur Kronburg, mit einem Begleitbrief, der mich Eleonoras Großvater als königliches Mündel anvertrauen sollte. Sie hatte wohl vergessen, dass Menschen kürzer leben. Er lag schon lange in seinem Grab. So wuchs ich an ihrer Seite auf. Wie alt war sie? fragte ich. Zwölf. Selbst noch ein Kind. Leandra schüttelte so heftig den Kopf, dass es aussah, als ob ihre Perücke beinahe davonfliegen würde. Nein, seit ihrem siebten Lebensjahr war sie kein Kind mehr. Die Götter allein wissen, woher sie ihre Weisheit hat, aber es war nie die Weisheit eines Kindes. Soltar gab ihr eine alte Seele, um uns zu leiten. Ich sah zum Soltartempel hinüber. Vielleicht war es nicht nur eine schöne Wortwahl, sondern die schlichte Wahrheit. Also war Leandra wie eine Schwester der Königin aufgewachsen. Ich erinnerte mich an das, was Leandra mir über ihre Kindheit in der Kronburg erzählt hatte. Hat sie je erfahren, wie es dir dort erging? Fragte ich. Leandra schüttelte den Kopf. Ich brauchte nicht zu fragen, warum sie Eleonora niemals etwas gesagt hatte. Nach dem, was ich nun wusste, war mir klar, dass nichts, gar nichts, Leandra wichtiger war als ihre Mission. Sie würde Erfolg haben oder sterben. Die Königin hatte Leandra meinen Ring gegeben. Woher wusste sie, dass ich noch am Leben war? Fragte ich. Eine Frage, die ich wochenlang mit mir herumgetragen hatte. Sie wusste es einfach. Jedes Mal, wenn die Rede auf dich kam, sagte sie, du würdest noch leben, da sie noch Hoffnung habe. Götter, warum konnten die Dinge nicht einfach sein? Als ich mein Leben begonnen hatte, war es einfach. Ich wusste, was zu tun war, kannte meinen Platz, musste nicht mehr verantworten, als ich konnte. Ich warf einen Blick zu Leandra hinüber. Sie ging wie immer kerzengerade, das Kinn erhoben, zielsicher und ohne sichtbaren Zweifel. Wie musste das sein, solch eine Sicherheit in dem zu verspüren, was man zu tun hatte? Nach allem Dafürhalten waren unsere Reiche verloren. Nur ihre Idee, ihre Hoffnung, ihre Hilfe zu finden, gab uns eine dünne Chance, uns gegen das Schicksal aufzubäumen, das andere, weitaus mächtigere Reiche bereits erlitten hatten. Tee und Diplomatie Als wir die Botschaft der Reichsstadt betraten, fand ich die Lage unverändert vor. Die beiden Wächter, neue Gesichter, nicht jene, die mich noch vor wenigen Tagen so misstrauisch angesehen hatten, grüßten uns freundlich. Der linke Wächter, ein kräftiger junger Mann, dessen Name wohl Djererwan lautete, wenn die mysteriöse Schrift auf seinem Brustpanzer recht hatte, bat uns kurz zu warten. Wenige Minuten später eilte ein junger Mann auf uns zu. Er war in braune Leinenhosen, die in kniehohen Stiefeln mündeten und ein weißes Leinenhemd gekleidet. Sein glatt rasiertes Gesicht und seine kurzen Haare erschienen mir einen Moment lang fremd, so sehr hatte ich mich an die allgegenwärtige Barttracht in Bessereien gewöhnt. Er verbeugte sich vor uns, eine knappe, kurze Geste. Mein Name ist Hillard, sagte er und zeigte beim Lächeln seine perlweißen Zähne. »Ihr seid die Gesandte des Königreichs Ilian?« Leandra nickte. »Dann seid ihr Lanzen-General von Thurgau. Willkommen in der Gesandtschaft der Reichsstadt Askir. Meine Aufgabe ist es, euch in allen Dingen zur Seite zu stehen und eure Fragen zu beantworten. Der Botschafter ist noch in einer Audienz, aber er hat gleich Zeit für euch. Ich führe euch zu ihm.« Er sprach klar und präzise, ein Mann, dem seine Stimme ein Werkzeug war. Hillard hatte dunkelbraunes Haar und graue Augen, die uns offen ansahen. Er trug eine kleine Narbe an seiner rechten Wange. Sie lief über den Wangenknochen und schien mir wie die Spur eines Schwertstreichs. So freundlich er auch lächelte, ich spürte doch eine Distanz in ihm, eine Zurückhaltung, als wäre es wichtig für ihn, uns nicht zu viel zu offenbaren. »Ich danke euch sehr, Hillard«, sagte Leandra. »Bitte nennt mich einfach nur Hillard, sonst drehe ich mich nur ständig um und suche meinen Vater.« Er lächelte erneut. »Bitte hier entlang.« Die Botschaft war vom Grundriss her achteckig, gut hundert Schritt im Durchmesser. Die massive Außenmauer war Bestandteil eines Gebäudes, das den Innenhof umschloss. Der innere Turm besaß vielleicht dreißig Schritt im Durchmesser. An den inneren acht Ecken des Gebäudes sah man weite Wendeltreppen, die die Stockwerke miteinander verbanden. Auch hier war wieder der helle Stein verbaut und im dritten Stockwerk gab es eine Säulengalerie, die den gesamten Innenhof umlief. Als wir durch den Torgang traten, verspürte ich einen kurzen, aber heftigen Druck auf meinen Schläfen. Dann war das Gefühl wieder vorbei. Hillard bemerkte unsere Reaktion. »Die Botschaft ist schon sehr alt«, sagte er, als er uns in den Innenhof führte. »Fast neunhundert Jahre.« »Was ihr vielleicht bemerkt habt, sind verschiedene magische Schutzzauber, die von Askanon selbst gewirkt wurden. Welche dies sind, weiß niemand mehr, aber Besucher mit magischer Begabung bemerken sie oft. Es liegt kein Grund zur Beunruhigung vor.« Er machte eine Geste, die den inneren Turm und die grüne Fläche zwischen ihm und dem achteckigen Außengebäude einschloss. »Es geht das Gerücht um, dass es sich noch nicht einmal um einen Schutzzauber handelt, sondern lediglich eine Magie ist, die unseren Rasen vor dem Austrocknen bewahrt.« »Das wäre nicht minder beeindruckend,« sagte Leandra. Hilat lachte. »Wartet, bis ihr Askir kennenlernt. Man kann die Stadt nicht durchqueren, ohne über die eine oder andere Magie zu stolpern, die er hinterließ. Ich bin in Askir geboren und habe mich daran gewöhnt.« »Dass die Magie nach so langer Zeit noch vorhanden ist, ist ein Wunder für sich.« Leandra sah sich langsam um, ihr Blick schien unfokussiert und ihre Augen folgten Dingen, die nur sie sehen konnte. »Vielleicht, man sagt, dass er sehr verschwenderisch mit seinen Gaben umging, aber nichts hält ewig, auch nicht die Magie des ewigen Herrschers.« Er grinste. »Wir haben hier eine große Bibliothek. Sie wird von leuchtenden Kugeln aus Glas erhält, die unter der Decke schweben. Sie bewegen sich langsam, sodass die Leser immer das beste Licht haben. Und so etwa alles halbe Jahr fällt eine mit lautem Geschepper herunter und verstreut Glassplitter in alle Richtungen.« Er sah zu ihr, »Seid ihr überrascht, wenn ich euch erzähle, dass unsere Gelehrten es vorziehen, auf dem Gang zu lesen, wo die Sonne das Licht liefert?« »Nein.« Das Bild, das sich mir anbot, war das eines älteren Gelehrten, der mit eingezogenen Schultern gekrümmt über einem Buch saß und ständig misstrauisch zu diesen Leuchtkugeln empor sah. »Wie groß sind die Kugeln?« »Etwas unter einem Fuß im Durchmesser,« »Granzen, General. Das Glas ist fingerdick und wenn eine der Kugeln herunterfällt, kann sie auch einen Stuhl zerschlagen. Bis jetzt trafen sie nie einen Menschen, aber die Glassplitter haben schon Wunden verursacht.« Der Rang, mit dem er mich ansprach, hörte sich fremd und falsch an. Aber was sollte ich ihm sagen, dass ich nur zufällig diesen Ring an meiner Hand trug? Nicht, dass er ihn sehen konnte. Ich trug meine Handschuhe, aber Schwertmajorin Kasale hatte zweifellos Bericht erstattet. »Kann man sie nicht einfach vorher schon entsorgen? Der Vorsicht halber zerschlagen und Öllaternen aufhängen?« fragte ich. Er schüttelte den Kopf. »Solange die Magie in ihnen ist, sind sie so gut wie unzerstörbar.« »Dann würde ich ein Netz unter die Decke spannen,« schlug ich vor. Er sah mich verdutzt an und lachte dann. »Ich werde den Vorschlag weiterreichen.« Hillard führte Leandra und mich in den zentralen Turm und dann eine der breiten Wendeltreppen hoch. Den Eindruck, den ich von dem riesigen Gebäude gewann, war der von leeren, endlosen Gängen und unzähligen Türen. »Es scheint mir, dass dieses Gebäude nur noch zum Teil genutzt wird. Warum?« Hillard blickte zu mir hoch. »Ihr habt recht. Der weitaus größte Teil des Gebäudes steht leer. Diese Botschaft war ursprünglich der Sitz des Gouverneurs von Bessereien. Von hier aus wurde Bessereien verwaltet. Damals benötigte man weit mehr Personal. Heute kommen wir mit knapp einem Dutzend Leuten aus. Dies und natürlich die Landsee-Infanterie, die ebenfalls hier einquartiert ist. Er hielt vor einer stabilen Eichentür und klopfte. Auch diese Tür entsprach dem Augenschein nach dem Standardmaß und würde wahrscheinlich auch in Eberhards Gasthof passen. Jemand rief »Herein!« Hillard öffnete uns die Tür und bedeutete uns einzutreten. Dann schloss er die Tür hinter uns und wir befanden uns in einer Art Vorzimmer, leerer als erwartet, eine Reihe Stühle an der Wand, ein Tisch, zwei Schränke und eine weitere Tür, durch die wir eine Stimme hörten, die uns aufforderte, näher zu kommen. Leandra und ich tauschten einen Blick und folgten der Aufforderung. Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte. Auf jeden Fall nicht diesen gemütlichen Raum mit den hohen Regalen und dem weiten Fenster, von dem aus man einen guten Blick über Gasalabad hatte. Vor dem offenen Fenster stand ein sehr großer Schreibtisch, davor eine Gruppe von vier einladend aussehenden, gepolsterten Sesseln um einen kleinen Tisch herum. Der Tisch war bereits gedeckt, für vier Personen. Auf der linken Seite zwischen zwei hohen Regalen konnte ich eine detaillierte Karte von Gasalabad sehen, daneben zwei weitere Kartenständer. Eine der beiden Karten erkannte ich wieder. Es war eine neuere Version derjenigen, die Leandra im Gasthof zum Hammerkopf gefunden hatte. Die andere zeigte vermutlich Bessereien. In der rechten Ecke neben dem Fenster stand auf einem Rüstungsständer eine Plattenrüstung. Kein Name erschien, als ich sie musterte. Links neben dem Fenster befand sich ein Waffenständer. Auf ihm lag eine kostbar gearbeitete Armbrust, die zwei Bögen besaß und so wohl zwei Bolzen zeitgleich oder in rascher Folge abschießen konnte. Auf einem schmiedeeisernen Gestell sah ich eine seltsame Konstruktion aus Glas und Stahl. Es dauerte einen Moment, bis ich verstand, was es war. Aus einem Glasbehälter tropfte Wasser in einen Zylinder. In diesem bewegte ein Korken eine verzahnte Stange aufwärts und trieb über eine Folge von Zahnrädern einen kleinen Zeiger an, der die acht Glocken des Tages markierte. Eine Wasseruhr. Nun, wenn man unbedingt wissen wollte, wie spät es war, half dieses Gerät zumindest nachts, wenn die Sonne nicht schien. Der Botschafter selbst war ebenfalls eine Überraschung. Er war ein Mann mittleren Alters, mit eisgrauen Haaren und freundlich blitzenden braunen Augen, ähnlich gekleidet wie Hillard, nur dass er noch einen Wappenrock trug, der auf der linken Schulter auf rotem Grund den goldenen Drachen Askias zeigte. Ein Schwertgurt hielt das Gewand an der Taille zusammen. »Bitte setzt euch doch!« rief er und wies mit der Hand auf die bequem gepolsterten Sessel vor seinem ausladenden Schreibtisch. »Mein Name ist Oswald von Gehring und ich bin mehr als erfreut, euch beide endlich kennenzulernen.« Er wartete, bis wir saßen und ließ sich dann ebenfalls auf dem letzten Sessel vor dem Schreibtisch nieder. Er schlug die Beine übereinander und lächelte uns an. »Der Tee wird jeden Moment kommen. Ich habe mir erlaubt, Orangenblütentee zu bestellen und bei dieser Hitze ist er immer wieder erfrischend.« Vielleicht war dies das Stichwort, denn die Tür öffnete sich und eine junge Frau trat mit einem Tablett in der Hand ein. Sie trug ähnlich geschnittene Kleidung wie Hillard und der Botschafter, nur war bei ihr der Stoff Lindgrün gefärbt. Ein goldener Ziersaum lief um den Kragen und die Ränder der Bluse, die mit einem Knopf hoch unter der linken Schulter geschlossen war. Ein breiter Ledergürtel betonte ihre schmale Taille. Dort trug sie auch einen langen Dolch mit einem Elfenbeingriff. Auf hohen Kragen waren links ein Stern und rechts eine stilisierte Seeschlange eingestickt. Mit einem freundlichen Lächeln goss sie uns den Tee ein und stellte eine silberne Kanne und eine Schale mit Gebäck auf den Tisch. Eine knappe Verbeugung, dann war sie wieder verschwunden. Der Botschafter sah unsere Blicke und lächelte. Es ist eine Tradition bei uns, dass die persönlichen Adjutanten eines Gesandten aus den Reihen der Seeschlangen gewählt werden. Sie ist für mein Wohlergehen und meine Sicherheit verantwortlich. Leandra nickte und sah dann bedeutungsvoll auf das leere Gedeck herab. Erwarten wir noch jemanden? Ja, sie muss jeden Moment kommen. Es ist nicht ihre Art, unpünktlich zu sein. Die Wasseruhr auf dem eisernen Gestell klickte. Ein leiser Gongschlag ertönte. Einen Moment später öffnete sich die Tür und Schwertmajorin Kasale betrat den Raum. Sie trug die gleiche Uniform wie die Adjutantin, nur war ihre Bluse hellgrau, die Hosen waren schwarz mit einem doppelten roten Streifen entlang der Naht. Auch sie trug nur einen Dolch an ihrem Gürtel. Als sie den Raum betrat, verbeugte sie sich kurz und salutierte mit der rechten Faust gegen die linke Brust. Sie mit euch. Sera Maestra de Girancourt? Lanzen General von Thurgau? Der Botschafter lächelte. Das ist hier keine Parade, Kasale. Setzt euch! General, ihr kennt Schwertmajorin Kasale bereits. Sera de Girancourt, es ist mir eine Freude, euch Schwertmajorin Kasale vorzustellen. Sie ist eine unserer besten Offiziere im gesamten Bullen. Kasale lächelte. Dieses offene Lächeln verwandelte sie von einem auf den anderen Moment von einem Soldaten in eine warmherzige Persönlichkeit. Sie ließ sich im freien Sessel nieder und nickte Leandra zu. Ich habe schon viel von euch gehört, Maestra de Girancourt. Und gelesen, wie mir gesagt wurde, meinte Leandra mit einem zuckersüßen Lächeln. Kasale hatte in der Wegestation Leandras persönlichen Brief an mich öffnen und von ihren Schreibern deuten lassen. Ja, das auch, antwortete Kasale ungerührt. Der Botschafter räusperte sich. Ihr seid vielleicht überrascht über meine Einladung. Ach, bitte greift zu, trinkt, bevor der Tee kalt wird. Das Gebäck ist frisch, Haselnuss, eine meiner kleinen Leidenschaften. Wo war ich? Ach ja, die Nachricht von der Bedrohung im Süden hat, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, für einige Aufregung gesorgt. Er beugte sich vor, nahm seine Teetasse auf und trank mit sichtlichem Genuss einen Schluck. Ein Bote aus der Reichsstadt erreichte mich heute mit einigen Nachrichten. Ihr General habt der Majorin gegenüber erwähnt, dass sich eure Vorfahren vom alten Reich verlassen fühlten. Nun, was damals genau geschah, wird zur Zeit in den Archiven nachgelesen. Kommandant Keralos, der Stadthalter des ewigen Herrschers in Askia, bedauert das. Aber vielleicht muntert euch dies etwas auf. In den Archiven fanden sich Unterlagen über die Kolonien und den Status, Askanon diesen Orten zugedacht hatte, sobald sie etabliert waren. Er lehnte sich zurück und strahlte Leandra an. Er hat mich bevollmächtigt, euch ein Angebot zu unterbreiten. Leandra saß kerzengerade in ihrem Sessel, in ihrer Hand die Schale mit dem unberührten Tee. Darf ich fragen, was für ein Angebot das ist? Nichts von ihren Gedanken war auf ihren ebenmäßigen Zügen zu erkennen. Ihr müsst verstehen, sagte der Botschafter, dass wir hier noch nicht über einen endgültigen Vertrag sprechen, dazu fehlen uns noch die Einzelheiten. Angedacht ist ein Staatsvertrag ähnlich dem, der die anderen Reiche und Askier verbindet. Dieser Vertrag regelt solche Dinge wie Handel und wirtschaftliche Verpflichtungen, Ankerplätze und Baugenehmigungen für Straßen und Wegestationen und andere Einrichtungen. Ihr wisst, dass sich unser Königreich zurzeit im Krieg befindet? fragte Leandra wie beiläufig. Ja, das hat mit dem Vertrag nichts zu tun. Dieser Vertrag ist nichts anderes als die Umsetzung eines Plans, den Askanon für die neuen Länder entwarf. Ich glaube nicht, dass ein solcher Vertrag die Zustimmung meiner Königin finden wird. Wir brauchen keine exotischen Seidenstoffe und Hölzer aus dem Alten Reich. Wir brauchen Hilfe gegen Talak. Von Gehring nickte. Die können wir euch leider nicht geben. Der Vertrag von Aski regelt, dass keine der Vertragsparteien ohne die einstimmige Zustimmung der anderen Reiche militärische Handlungen innerhalb oder außerhalb der Grenzen des ehemaligen Imperiums ausführen darf. Um das zu verdeutlichen, Askanon wollte so verhindern, dass die Königreiche wieder in einen Bruderkrieg fallen oder sich um neue Territorien streiten. Um militärische Hilfe zu erhalten, müsst ihr, Serra Maestra de Gerancourt, vor den Rat der Könige treten und alle sieben überzeugen. Sieben? Leandra sah von Gehring an. Nicht Acht? Der Botschafter zuckte mit den Schultern. Kommandant Keralos ist in Abwesenheit des ewigen Herrschers, der Oberbefehlshaber aller Streitkräfte der Reichsstadt Asgier. Er sieht die Notwendigkeit, Talak in seinen Anfängen zu stoppen, durchaus ein. Ihn hättet ihr schon auf eurer Seite. Aber der Vertrag verhindert ein weitergehendes Engagement in dieser Sache. Leandra beugte sich vor. Das freut mich zu hören. Nur, dass es hier nicht um Anfänge geht. Talak ist seit fast fünf Jahrhunderten dabei, sich auszubreiten. Nach meinem Wissen herrschte er über ein Gebiet dreimal so groß wie das alte Imperium. Eines der drei Reiche fiel bereits an den Feind und dort sind nach vorsichtigen Schätzungen über hunderttausend Mann stationiert und warten nur auf den Frühling, um ihren Eroberungsfeldzug fortzusetzen. Es gab einen Blickwechsel zwischen von Gehring und Kasale. Die Schwertmajorin stand auf. Wenn ihr erlaubt. Sie trat an einen der Kartenständer und zog eine aufgerollte Karte herunter. Eine Karte der drei Reiche. Es war deutlich zu erkennen, dass es eine alte Karte war. Nur wenige Städte waren eingezeichnet. Wie mir der Botschafter mitteilte, ist es zur Vorbereitung des Handelsvertrags notwendig, eine Delegation nach Ilian zu schicken, um vor Ort die Lage zu sondieren und festzustellen, welche Handelsmöglichkeiten es gibt. Um dies zu ermöglichen, erscheint uns ein zentral gelegener Standort als geeignet, um diese erste Handelsniederlassung zu errichten. Sie lächelte und es war ein grimmiges Lächeln. Vorausgesetzt, dass sich die geografischen Gegebenheiten nicht verändert haben, würde die Reichsstadt gerne in diesem Gebet eine Handelsniederlassung errichten. Sie legte ihren Finger auf die Karte, knapp unterhalb des verblassten Schriftzugs mit dem Namen Kela. Das ist direkt hinter der Front? sagte Leandra. Wir befinden uns nicht im Krieg mit Talak, sagte Kasale mit dem selben grimmigen Lächeln. Von Gehring räusperte sich. Sollte jedoch eine andere Macht militärische Mittel einsetzen, um die Handelsmission zu gefährden, würde sich die Reichsstadt vorbehalten, in geeigneter Form die Sicherung unserer Interessen wahrzunehmen. Ich blinzelte, Das würde ich gerne noch einmal klar und deutlich hören, sagte ich dann. Kasale nickte. Der eigentliche Vertrag kann erst nach einer sorgfältigen Planungsperiode gestaltet und ratifiziert werden. Um die Handelsmission auf dem Grund und Boden des Königreichs Ilian zu errichten, bedarf es keines solchen Vertrags, nur der Zustimmung eines beglaubigten Botschafters. Sie sah meinen Blick und lächelte noch breiter. Nur Geduld, General. Bestandteil dieses Vorvertrags wäre, dass die Reichsstadt die Erlaubnis des Königreichs Ilian besitzt, diese Handelsmission gegen militärische Handlungen zu verteidigen. Klartext, sobald ein Soldat unter der Flagge Talax einen Fuß auf das Territorium der Reichsstadt Aski ersetzt und die Handelsmission wäre ein solches Territorium, wird Aski geeignete militärische Mittel einsetzen, um diese Bedrohung zu beseitigen. Genauer gesagt, die vierte Legion, meine Legion. Wie lange wird das dauern? fragte ich. Einige Monate, antwortete mir Kasale. Wir müssen die Handelsmission erst errichten. Habe ich das richtig verstanden? Ihr wollt warten, bis man euch angreift, um dann den Krieg zu erklären? Ich rieb mir die Schläfen. Das war purer Schwachsinn. Von Gehring schüttelte den Kopf. Es wird keine Kriegserklärung geben. Nicht von unserer Seite. Nicht bevor der Rat der Könige zustimmt. Aber wir können im Rahmen unserer Gesetze durchaus defensiv operieren. Wo wird die Legion stehen? fragte ich. In Asker. Ohne dass wir angegriffen werden, können wir keine Legion in Marsch setzen, sagte von Gehring. Das ist Wort Klauberei. Die Bitterkeit in meiner Stimme war wohl kaum zu überhören. Mobilisiert die Legion und schickt sie nach Ilian. Am besten heute noch. Von Gehring musterte mich und die freundlichen braunen Augen wurden auf einmal kühl. Ich will euch mal etwas sagen von Thurgau. Wir sind nicht in der Lage einen offensiven Krieg über eine Distanz von über 400 Meilen zu führen. Unsere Truppen können ausschließlich über den Seeweg versorgt werden. Über diese Entfernung und in Anbetracht der Tatsache, dass die See der Stürme ihren Namen verdient, ist diese Versorgungsstrecke zu dünn. Unsere Streitkräfte sind defensiv ausgerichtet. Die Teileinheiten, deren Aufgabe die Offensive war, sind nicht bereit. Dennoch würde Kommandant Keralos junge Männer und Frauen in ein entferntes Land schicken, um dort auf fremder Erde zu kämpfen und auch zu sterben. Eines eurer Königreiche ist verloren. Wenn ihr es zurück erobern wollt, dann überzeugt den Rat der Könige oder tretet Talag selbst in den Hintern. Er stand auf, immer noch durchbohrten mich seine Augen. Für mich persönlich ist es unverständlich, warum der Kommandant so zuvorkommend reagiert. Dieser Handelsvertrag wird uns in einen Krieg zwingen, auf den wir nicht vorbereitet sind, dessen Versorgungswege zu lang und dessen Nutzen für uns mit Verlaub gesagt unter aller Sau ist. Wir erobern keine neuen Territorien, gewinnen keine Städte oder Reichtümer. Das Einzige, was wir mit dem Leben unserer Soldaten gewinnen können, ist die Freundschaft einer Nation, die weniger Einwohner hat als eines der Emirate Besser Rheins. Es gibt für uns in diesen fernen Krieg einzutreten. Niemand wird die Maestra dazu zwingen, diese Vereinbarung einzugehen. Ich habe Verständnis für eure Lage, General, aber die einzige Lösung, die unsere Gesetze bereithalten, euch zu helfen, euch und nicht uns, ist diese Vorgehensweise. Dies als Wortklauberei zu bezeichnen, ist etwas, gegen das ich mich persönlich verwahre. Für einen langen Moment herrschte eisige Stille in dem Raum. Ich merkte, dass ich mit den Zähnen knirschte. Ich bin kein Diplomat Botschafter, aber ich weiß etwas, das ihr nicht zu wissen scheint. Die Macht Thalax ist sowohl auf den Künsten der Magie als auch auf den dunklen Mächten der Seelenjäger begründet. Jetzt, in diesem Moment, befinden sich Agenten Thalax hier in Bessereien und wahrscheinlich auch in allen anderen Reichen, einschließlich Askias. Aus dem, was wir hier sehen, ist zu erkennen, dass es ihr Ziel ist, das, was vom Imperium übrig ist, von innen zu zersetzen. Ihr seid bereits im Krieg mit Thalax. Das ist das eine. Das andere liegt hier. Ich trat an die Karte, suchte und fand das Symbol der Donnerfeste und legte meinen Finger auf die Stelle. Hier, Botschafter, liegt eine Quelle magischer Macht. Sie wollte Askanon damals sichern, als er unsere Länder besiedelte. Und genau diese Quelle der Macht wird nun von Thalax bedroht. In zehn Jahren, wenn nicht schon früher, wird der Herrscher von Thalax seinen Hintern auf diese Stelle pflanzen und damit mächtiger sein, als es Askanon jemals war. Um ein Vielfaches mächtiger, wenn ich die Ausführungen der Maestra richtig verstanden habe. Schon jetzt setzt Thalax dunkle Macht ein, um gefallene Soldaten wiederzubeleben und ihre Körper für sich kämpfen zu lassen. Ein Schlachtfeld, auf dem die Truppen Thalax vorrücken, ist ein Schlachtfeld der Magie. Noch hält es sich in Grenzen. Besitzt Thalax erst diese Quelle der Macht, wird er nicht zögern, es eurem gelobten ewigen Herrscher gleichzutun, die Gestirne auf die Erde regnen zu lassen. Ich trat noch näher an die Karte des Imperiums heran. Täusche ich mich? Oder lag hier einmal eine Stadt? fragte ich mit einem bissigen Unterton in der Stimme. Mein Finger ruhte auf einem runden See. Von Gehring sah mich an. Wollt ihr mir allen Ernstes erklären, dass dieses Thalax eine akute Bedrohung für uns darstellt? Ich suchte seine Augen und hielt sie mit meinem Blick. Ich erkläre euch nichts. Ich teile es euch mit. Wartet elf Jahre, dann wisst ihr, wer recht hat. Oder ihr spart euch das diplomatische Getul und sendet eine Legion. Besser zwei. Jetzt direkt und sofort. Sichert die Kronburg. Ruft die anderen Teilstreitkräfte zusammen. Bringt die Legionen auf vollen Stand. Jetzt und sofort. Denn jeder Tag, an dem ihr zögert, wird Menschenleben kosten. Von Gehring hielt meinem Blick Stand. Er sprach ruhig und langsam, besonders betont, damit ich auch alles mitbekam. Ich verstehe, dass ihr ein guter Kämpfer seid. Aber ich verstehe nicht, wie dieser Ring an euren Finger kommt. Die Welt läuft anders, als ihr denkt. Hier müssen vielfältige Interessen der anderen Reiche abgewogen werden. Nein, nur eines, unterbrach ich ihn, das Interesse zu überleben. Er holte tief Luft. General von Thurgau, ihr seid kein Diplomat. Dies ist kein Schlachtfeld. Soweit ich weiß, bekleidet ihr kein offizielles Amt im Königreich Ilian. Ihr seid hier fehl am Platze. Ich verlange, dass ihr diesen Raum und die Botschaft auf der Stelle verlasst. Der Gesandten steht es frei zu bleiben und das überaus großzügige Angebot des Kommandanten anzunehmen. Guten Tag. Kasale wollte etwas sagen, aber ein eisiger Blick des Botschafters brachte sie zum Schweigen. Ich sah zu Leandra hinüber. Ich erhob mich, drehte mich auf dem Absatz um und verließ den Raum. Schwertmajorin Kasale fand mich auf der Brücke. Ich saß auf dem Geländer, aß einen Honigkuchen und sah den Fischen im Wassergraben zu. Harwald, sagte sie ruhig, seid ihr willens, meine Worte zu hören oder seid ihr dazu zu sehr verärgert? Euer Gesandter ist ein Idiot, sagte ich. Sie lächelte. Auch das ist nicht diplomatisch, sehr Harwald. Es ist auch unwahr. Von Gehring ist ein fähiger Mann. Er hält diesen Posten hier seit über zwanzig Jahren. Es ist für ihn schwer vorstellbar, dass es eine Bedrohung für uns gibt. Askir wurde nie besiegt. Ja, als es noch ein Imperium war und selbst Länder eroberte. Ihr solltet vielleicht bei Gelegenheit die Geschichte des Imperiums studieren, sagte sie ruhig. Askanon führte seit der Reichskrundung drei Kriege. Drei Kriege in tausend Jahren. Wie viele Kriege habt ihr in eurem Leben gesehen? Mehr. Alle zehn oder zwanzig Jahre wurde wieder jemand gierig. Unter der Herrschaft unserer Königin hatte Iljan die längste Periode des Friedens seit Gründung der Kolonien erlebt, bis die Truppen Talax kamen. Askanon war kein Kriegsfürst. Er brauchte das nicht. Er hatte alle Macht, die er wollte. Kasale stellte einen Fuß auf das Geländer neben mir, lehnte sich auf ihren Oberschenkel und sah mit mir zu den Fischen hinab. Aber ihr habt den Kampf schon erlebt, nicht wahr? fragte ich dann. Kein Krieg bedeutet nicht Frieden. Irgendetwas im Osten treibt die wandernden Barbaren vor sich her. In den letzten 20 Jahren herrscht an den Ost Grenzen fast ständiger Kampf. Sie kommen und sterben. Ganze Täler sind mit ihren bleichen Knochen bedeckt. Aber sie kommen immer wieder und wieder. Sie seufzte. Es ist keine Kriegskunst Barbaren abzuschlachten. Nicht wenn sie mit Knochen keulen gegen moderne Festungswelle anrennen. Wir haben dennoch eine Stadt verloren. Die Körper ihrer Gefallenen bildeten eine Rampe vier Mannslängen hoch. Ihre Stimme wurde leiser. Jetzt metzeln wir sie nieder, bevor sie an die Welle kommen. Nicht einmal die Barbaren wissen, wovor sie fliehen. Sie nennen es Ohlmut, das dunkle Schicksal. Sie sterben lieber im Kampf und kommen so in Ehren zu ihren Göttern. Aber das ist eine andere Geschichte. Harwald, ihr müsst verstehen, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, das zu tun, was ihr wünscht. Der Rat der Könige muss zustimmen. Wenn Kommandant Keralus Truppen ausheben und alte Clans wieder ins Leben rufen soll, bricht er den Vertrag. Jede einzelne Legion ist namentlich erwähnt in diesem Vertrag. Alles ist genau geregelt. Auch die zweite Legion sie sah mich an. So viel ich weiß, nein. Sie galt als in der Ausübung ihres Dienstes verschollen. Sie wird nicht von dem Vertrag berührt. Aber das wusstet ihr ja. Sonst wärt ihr nicht hier, oder? Das nützt nicht viel, sagte ich bitter. Die Legion gibt es nicht mehr. Doch widersprach sie mir. Sie ist präsenter als je zuvor. Es gibt so viele Legenden über sie und Prophezeiungen. Sie lächelt leicht. Und eine von ihnen ist natürlich die, dass sie in der Stunde der Not wiederkommen wird. Ihr kommandiert eine Legende, Harwald. Unterschätzt das nicht. Warum seid ihr gekommen? fragte ich sie direkt. Zwei Dinge. Auch der Botschafter, mag er es verstehen oder nicht, muss den Ring an eurem Finger akzeptieren. Er ist nicht befugt, euch Befehle zu erteilen. Dieser Ring weist euch als ein Mitglied der imperialen Streitkräfte aus. Er kann euch die Botschaft nicht verbieten. Das ist das eine. Dies hier ist das andere. Sie reichte mir eine Schriftrolle. Hiermit bestätige ich die Ernennung Roderick von Thurgaus, auch Harwald genannt, zum kommandierenden Offizier des zweiten Bullen. Roderick von Thurgau führt den Rang eines Lanzengenerals. Ihm stehen alle Privilegien und Pflichten dieses Ranges zu. Er ist angewiesen umgehend, die volle Einsatzbereitschaft der zweiten Legion wiederherzustellen. Schwertmajor Casale wird zum Generalsargeant des zweiten Bullen bestellt, um ihn bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Entsprechend der Imperialen Rekrutierungs- und Ausbildungsverordnung 122 aus dem Jahr 219 AR hat die Rekrutierung und Ausbildung der Legion in den alten Reichen stattzufinden. Einsatzort und Aufgabenbereich der zweiten Legion sind laut imperialem Befehl vom Tag der Mitte 14. Tag des achten Mondes im Jahre 423 AR die Befriedung und Verteidigung der neuen Kolonien. Im Namen des ewigen Herrschers Kommandant Keralos. Ich ließ die Rolle sinken. Und das bedeutet, fragte ich leise. Das bedeutet für mich eine Degradierung. Sie lächelte. Zum Generalsergeant. Es ist die Aufgabe des Sergeants für seine Legion zu sorgen. Sie sah mir direkt in die Augen. Was ihr jetzt sagen solltet ist Folgendes. Generalsergeant Kasale, ihr habt eure Befehle, befolgt sie. Was passiert dann? Dann habt ihr in etwas weniger als einem Jahr eure Legion. Ich nickte bedächtig, als mir die Tragweite bewusst wurde. Vielleicht war von Gehring ein fähiger Diplomat, aber dieser Kommandant Keralos beeindruckte mich. Wieso tut er das? fragte ich sie und hielt die Rolle hoch. Sie zuckte mit den Schultern, das kann ich euch nicht sagen. Er muss sich im Rahmen der Gesetze bewegen. Abgesehen davon ist er nur den Göttern und dem ewigen Herrscher selbst verantwortlich. Ihre Augen verdunkelten sich. Es wird trotzdem Proteste in den Reichen geben, wenn wir anfangen, eine volle Legion zu rekrutieren. Es wird den Königen nicht gefallen und wahrscheinlich die Aufgabe Sera Leandras erschweren. Diplomatischer wäre es, mit der Rekrutierung der Legion bis nach dem Kronrat zu warten. Ihr werdet festgestellt haben, dass es kein Datum auf diesem Befehl gibt. Vielleicht solltet ihr dies mit mit der Sera besprechen. Ich sah sie an und zog eine Augenbraue hoch. Wollte sie mich beeinflussen oder sagte sie es so, wie sie es sah? Volle Kampfbereitschaft bedeutet eine volle Legion. Nicht wahr? fragte ich. Kasale nickte. Was ist mit Material und Ausrüstung? Wollte ich wissen. Nicht alles, was in den Zeugkammern lagert, ist noch verwirrtbar, aber vieles davon. Es wird meine Aufgabe sein, mich darum zu kümmern. Überlasst das alles mir. Ich sah zu ihr hoch. Was hat Keralus davon? Ich sage es ungern, aber von Gering hatte Recht. Es wird sich für Askir nicht rentieren. Kasale sah mich eindringlich an. Der Kommandant hat für alles, was er tut, gute Gründe. Vielleicht weiß er etwas von dieser Quelle der Magie. Sie schüttelte den Kopf. Von mir weiß er es allerdings nicht. Ihr hättet es mir sagen können. Vielleicht hätte sich von Gering dann anders anders verhalten. Vielleicht auch nicht, sagte ich. Niemand hier will wirklich etwas über Talag wissen oder glaubt uns. Ich glaube euch, sagte Kasale. Keralus tut es auch. Ich weiß nicht, warum ihr zögert, Harwald. Kommandant Keralus gibt euch eine Legion. War das nicht der Grund, warum ihr gekommen seid? Ich nickte. Ja, aber warum tut er das? Vertraut ihr eigentlich irgendjemandem? fragte sie. Ich sah sie nur an. Sie seufzte. So wie ich das sehe, nimmt der Kommandant eure Warnung ernst. Ihr gibt euch eine Legion, die nicht an den Vertrag von Asgier gebunden ist, sagte sie ruhig. Gut, ich sage Danke und ihr Schwertmajor bildet mir diese Legion aus. In einem Jahr ist sie bereit, dann marschieren wir los. Wenn wir ankommen, wird es kein Königreich Ilian mehr geben. In wenigen Monaten werden 100.000 Soldaten in Ilian einmarschieren. Wir werden zu spät kommen. Es sei denn, wir fänden ein wahren Tor zu dem großen Tor im Gasthof. Irgendwo musste es eins geben. Wir werden es zurück erobern, sagte Kasale, mit einer Legion. Was, wenn bis dahin die Kronburg gefallen ist, das Königreich sich Talag gebeugt hat? Kein offensiver Krieg. Erinnert ihr euch? Bis dahin sitzt der Feind hinter unseren Wellen und ist uns zahlenmässig zwanzig Mal überlegen. Ich wog die Rolle mit dem Befehl des Kommandanten in meiner Hand. Kasale, ich brauche die Legion in vier Monaten. Das ist unmöglich, sagte sie. Ich sah sie an. Wir brauchen die zweite Legion. Ihr sagtet selbst, diese Legion sei etwas Besonderes. Das Wort unmöglich sollte es für sie nicht geben. Sagt, warum wollt ihr euch der zweiten anschließen, Schwertmajor? Sie zögerte.